Super, tolle Strecke, das erste Mal in Münster gelaufen und super. Ja, echt cool, also ich bin hier schon mal gelaufen und immer wieder echt ein geiles Erlebnis. Die letzten zwei Kilometer, das ist eine Hammer, die Stimmung. Schöne Strecke, ich komme auf jeden Fall wieder. Die fand ich toll, also wirklich super toll. Auch in den Außen, ganz viele Leute, also was macht die Stimmung, kann man nicht anders sagen. Ich fand es ganz, ganz toll. Die Stimmung war toll, die Strecke ist klasse. Also kann mit einem guten Stadtmarathon mithalten. Perfekt. Sehr gut, sehr viele Stimmungsnester, also ich komme wieder, ein sehr schöner Marathon. Ich wollte an 19 Zeitungen setzen, nur ein tolles Fuß bekommen, so viel Hilfe unterwegs mit Trinken und Suchen. Super, ich komme in nächstes Jahr wieder. Also Stimmung ist fantastisch. Es ist einfach herrlich, hier in Münster zu laufen. Der geilste Ziele in Deutschland ist hier. Toi, 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 also. Erste Sahne, ja. Jeder, ich freue mich! Vielen Dank.